Na denn, wir hatten uns was überlegt und zwar, was nicht so schön ist, ich bin da auch in andere Schreibweise drauf eingegangen. Wir hatten zum Beispiel mal gesagt, es wäre doch günstiger, wenn man sagt, zum Beispiel nicht Aufgabe A 5 Achtel ist gleich in einen Dezimalbruch umwandeln. Also dann ergibt sich das und dann das und dann das ist gleich das und dann ist gleich das und so weiter. Das fanden wir grundsätzlich nicht mehr so gut, sondern wir hatten dann zum Beispiel gesagt, wenn wir zum Beispiel Brüche in Dezimalzahlen, äh, Dezimalzahlen in Brüche verwandeln, dann hatten wir gesagt A ist gleich 0,2. So, 0,2 sollte dann in eine Dezimalzahl umgewandelt werden oder, 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 oder. Und wir haben das praktisch immer als A ist gleich und so weiter fortgeführt und so weiter. Ich erinnere nochmal an folgendes Verfahren. Wir hatten zum Beispiel gesagt, jetzt wieder herkömmlich, so wie wir es früher gemacht haben, 0,2 ist gleich hier, ich habe nur eine Kommastelle, 2 Zehntel und das gekürzt, ist dann ein Fünftel. Also müsste dann rauskommen, dann haben wir, damit wir nicht eine Gleichheit, eine Doppelgleichung, eine Fünffachgleichung oder sonst was erzeugen, haben wir das dann mit Pfeil geschrieben. Ist ja auch ganz schön. Oder 0,304 umgewandelt in eine, wieder in einen Bruch, sollte dann sein, äh, 1, 2, 3 Stellen, also müssen wir durch 1000 teilen, äh, 300, 400stel und das kann man dann kürzen, bis der Arzt kommt. Und dann kommt dann raus, ähm, 38, 125stel und das ist eine Schwiererei und, ja, schön ist es nicht. Ja, gut. Ähm, jetzt haben wir uns ein Verfahren entwickelt und zwar, wenn man schon Gleichungen lösen kann, also Äquivalenzumformung, um das Thema geht es eigentlich, ähm, dann kann man das ja auch super mal so anwenden, indem man sagt, okay, 0,2, schreibe ich als Gleichung einfach hin, ist 0,2. Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Jetzt formen wir beide Seiten um und zwar beide Seiten, nehmen wir mal 10, damit ein Komma verschwindet und schreiben hier hin, das ist dann 10 mal 0,2 ergibt 2. Das ist bloß eine andere Schreibweise auf beiden Seiten. Und um jetzt zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber wirklich einen Bruch draus haben, muss ich nochmal durch 10 teilen, denn 0,2 soll gleich sein etwas, was dann hier auf der rechten Seite als Ergebnis steht, nämlich 2 Zehntel, gekürzt 1 Fünftel. Ich lasse es jetzt erstmal umgekürzt stehen. Oder bleiben wir bei diesem Beispiel 0,034, 0,0, äh, 0,34, 3, 0,4. Hier hatte ich gesagt, okay, das machen wir mal genauso und schreiben das als 0,304 nochmal so hin. Und jetzt nehmen wir den ganzen Kram mal 1000, weil es sind drei Kommastellen, ne, hier drei Kommastellen. Dann ergibt sich hier 1000 mal, das ist ja nur Schreiberei, man muss ja nicht mal nachdenken dabei. Das ist ja das Schöne, wenn man in Mathe viel schreibt. Und das ergibt 304. Jetzt möchte ich aber, dass 0,034 ein vernünftiges, 0,304 ein vernünftiges Ergebnis gibt. Also, das ist mein Ziel. Sage ich, okay, ich teile wieder durch 1000. Natürlich ist das Schreiberei. Aber es läuft sauber. Das ist vielleicht bei diesen, äh, bei einfachen, äh, Dezimalzahlen, die nicht periodisch sind, äh, ist das vielleicht mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Das weiß ich selber. Aber, wenn ich mir dieses Verfahren angewöhne, dann bin ich auch in der Lage, periodische Dezimalbrüche auf diese Art umzuwandeln, ohne, und jetzt muss ich mal was zeigen, Leute, guckt. Ähm, ich habe hier mir mal eine Anleitung, die ist nicht schlecht, aus dem Internet gesucht, ähm, wie das Leute auch machen. Und im Wesentlichen, das wird auch bei YouTube so erklärt, haben wir das so, dass wir sagen, okay, dann multipliziere ich die Zahl mal 10, okay, dann ergibt es 1,6, periodische 6. Dann habe ich hier 1,6, periodische 6. Das splitte ich dann wieder und schreibe es als Summe, als 1 plus 0,7. Dann schreibe ich diese, pardon, 1 plus 0,0 weg, als 1 plus 0,6, periodische 6, ist 6 Neuntel, muss man wissen, äh, auswendig lernen, schadet nicht. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt muss ich wieder diesen Schritt mit mal 10 rückgängig machen, dann ergibt das 1 plus 6 Neuntel, alles wieder durch 10, da das eine Summe ist, muss ich es in Klammern setzen, ergibt 1 Eintel sind 9 Neuntel, ne, die ganze 1 sind 9 Neuntel und 6 Neuntel dazu, alles durch 10 geteilt, ist gleich, ist gleich, das ist ja das, was wir vermeiden wollen, sind 9 plus 6 sind 15 Neuntel, der Nenner bleibt gleich. Und, äh, durch 10 heißt genau so wie mal 1 Zehntel, also muss ich 15 mal 1, 15, reichnen und unten im Nenner 9 mal 10 sind 90. 15 Neuntzigstel ist also der umgewandelte Bruch von 0,1, 6, periodische 6 und das gekürzt ergibt 1 Sechstel, ja. Hier ist man auch drauf eingegangen, bestimmte Brüche auswendig zu lernen, das macht man dann im Laufe des Lebens, schadet ja auch nicht, 1 halb ist 0,5, 1 viertel 0,2, 5 und so weiter und so fort und periodische insofern, 1 Drittel ist immer 0,3, periodische 3, 2 Drittel dann 0,6, periodische 6 und, 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 und. Kann man ja machen. Aber, aber, wenn wir jetzt unser Verfahren nehmen und diesen ganzen Kram, nicht böse gemeint, einfach mal in unser Verfahren übersetzen, dann ergibt sich zum Beispiel bei periodischen, äh, na, bei periodischen Dezimalzahlen, ne, das ist eine Zahl, das ist ein Bruch, eine Dezimalzahl, 0, oder 1,5, oder irgendwas, ähm, ergibt sich folgendes Verfahren, ich versuche das mal hier drunter zu schreiben, das ist zum Beispiel, ich mache es mal in blau, 0,2, Periode 2, schreibe ich als 0,2, Periode 2, das ist jetzt, was nichts Schlimmes, ich nehme auch mal 10, mal sehen, was passiert, und schreibe ich hier genauso wie hier oben, 10, oh, mal 0,2, Periode 2, und hier drüben sage ich gleich, das ist, was muss es dann sein, naja, wenn ich mir vorstelle, dass 0,2, Periode 2 ja nichts anderes ist als 0,2, 2, 2, 2, und so weiter, und das Komma durch mal 10 nehmen, um 1 nach rechts rückt, was passiert dann, dann ergibt das 2,2, Periode 2, so, jetzt kommt ein kleiner Trick, jetzt splitte ich diese 10 mal 0,2, 2, auf, ich schreibe mal hin, Split, und zwar auf in 9 mal, irgendwas stimmt hier nicht, naja, ist egal, und 1 mal 0,2, Periode 2, und hier drüben lasse ich das so stehen, schreibe das bloß hin, ohne nachzudenken, so, dieses 1 mal, 9 mal, und 1 mal sind 10 mal, dieses 1 mal, das kann ich mir eigentlich schenken, also das kann ich auch mal weglassen, oder ich radiere es besser mal weg, das sieht dann übersichtlich aus, und was passiert jetzt, wenn ich auf beiden Seiten 0,2, 2 abziehe, minus 0,2, 2, dann bleibt hier drüben stehen, 9 mal 0,2, Periode 2, und dieses verschwindet, und hier drüben, wenn ich hier von 2,2, die Periode 2 abziehe, bleibt ein 2 stehen, wie geht es jetzt weiter, jetzt sage ich, okay, ich teile, so wie hier, durch 9, hier habe ich durch 10 geteilt, wie gesagt, das war mit Kanonen nach Spatzen geschossen, jetzt teile ich mal durch 9, durch 9, dann steht hier, 0,2, Periode 2, ist gleich 2 Neuntel, und peng, ich habe ganz sauber umgeformt, jetzt habe ich folgenden Vorschlag, wir werden das mit diesen reinperiodischen, also reine Periode ist, wenn hier steht, 0,2, Periode 2, und also praktisch die 2 immer hintereinander kommen, gemischte periodische Dezimalzahlen, die säen zum Beispiel so aus, 0,16, aber nur hier drüber, die Periode, also das ergebe dann 0,166666, das ist ein gemischt periodischer, weil nicht alles, die Periode sich nicht in praktisch gleichem Rhythmus wiederholt, sondern erst nachdem die 1 geschrieben wurde. So, und wenn wir das jetzt anwenden, da machen wir jetzt erstmal noch ein paar Übungen dazu, dieses Video, das wird für euch zu Hause auch nochmal ein bisschen länger dauern, weil das ein Übungsvideo wird, aber vielleicht ist es gar nicht so schwer. Also, wir gucken uns nochmal, also das behalten wir mal im Hinterkopf, und jetzt geht es in schwarz weiter, wir machen das gleiche wie hier, 0,2, Periode 2, und ich gebe nochmal folgende Aufgabe, das funktioniert ja auch mit, jetzt kommt die Übung, und ich rate immer, Pause-Taste drücken. Also, Pause ist wichtig, zu Hause Pause-Taste drücken, selber hinschreiben, anhand dieses Beispiels nachvollziehen, Pause-Taste. Dann erst gucken, wenn ich fertig bin, wenn ich mein Ergebnis fertig habe, dann gucke ich und dann erkläre ich es nochmal. Also, jetzt Pause-Taste drücken, ach no, Moment, ich muss natürlich noch eine Übung entschreiben. Nehmen wir mal an, wir sagen 2,3, Periode 3, möchte ich in einen Bruch umwandeln, ist gleich, Achtung, so weitermachen wie bisher, und dann mal sehen, was wir bei rausbekommen. Ich drücke die Pause-Taste, ihr zu Hause auch. So, Pause. Weiter. Jetzt kommt die Auflösung. Ich habe also geschrieben, 2,3, Periode 3 ist gleich 2,3, Periode 3, so wie hier oben. Damit, weil es ist nur eine Kommastelle, die stört, sozusagen, also nach dem Komma kommt nur eine wichtige Stelle, die wiederholt sich dann später aber, also nehme ich den ganzen Rest mal 10. Jetzt habe ich hier drüben geschrieben, so wie hier oben, 10 mal 2,3, Periode 3. Und hier habe ich ausmultipliziert, das ist dann 23,3, Periode 3. Nochmal, so ähnlich wie hier oben, es wiederholt sich, ich zeige es nochmal. Also, dieses 2,3, Periode 3 ist ja eigentlich ein 2,333 und so weiter. Und was passiert jetzt, wenn ich folgendes mache, wenn ich jetzt mal 10 nehme, dann rutscht das Komma an diese Stelle hier, von hier nach hier. Also habe ich 23,3, Periode 3. So, dann schreibe ich mir das entsprechend gesplittet hin, damit ich, und jetzt sage ich dieses 10 ist gleich 9 plus 1, und dieses habe ich mal gelb geschrieben, damit das gar nicht mehr so auffällt. Und jetzt sage ich, wenn ich das habe, dann kann ich nämlich, habe ich nämlich hier hinten wieder diese böse, böse Kommastelle und kann hier hinten abziehen. Schaut hier, Achtung, dieses kann ich lösen jetzt hier. Ich nehme diese 2,3, Periode 3 einfach von hier weg, indem ich auf beiden Seiten diese 2,3, Periode 3 abziehe. Hier drüben bleibt nur noch stehen, 9 mal 2,3, Periode 3 und hier 23,3 minus 2,3. Die Periode verschwindet. 23 minus 2 ist 21. Ich teile noch durch 9 und habe ganz sauber, nach dem Kürzen, 21 Neuntel, also sieben Drittel. Nächste Aufgabe. Ich schreibe sie mal gleich hier drunter. Probieren wir das mal aus mit 25,7. Periode 7 ist gleich. So, zu Hause Pause-Taste drücken und dann geht es weiter. Weiter geht es. Jetzt sieht man es, wie ich es gemacht habe. Zu Hause vergleichen und dann gucken, wo ist der Fehler und so weiter und so fort. Ich habe die Aufgaben nachgerechnet, also 232 durch 9 ergibt dann wirklich diese 25,7. Periode 7 oder 232 Neuntel. Das ist ja entweder 232 durch 9 bzw. genau das gleiche als Bruch. Ein unechter Bruch macht aber nichts. Kann man so lassen. Nächste Aufgabe. Wieder zum Üben und wir werden dann Pause-Taste drücken. Ich ziehe mal runter. Was hatte ich mir noch überlegt? Ah ja. Mal eine scheinbar ganz einfache Aufgabe. 0,01. Die ist eigentlich leicht. Die bleibt auch leicht. Werdet ihr selber sehen, wenn ihr ganz zügig durchzieht. Zu Hause Pause-Taste drücken. Ich drücke auch Pause. Achtung. Ich habe schon gemerkt, wir müssen das noch mal ein bisschen vorsichtiger machen. Wenn ich jetzt splitte und sage, ach ja, das ist 99 mal. Also warum ich mal 100 nehme, ist klar. Damit, weil hier zwei Stellen sind, nur noch hier hinten eine periodische Kommastelle steht. Und ich sage 99 mal diese 0,01 Periode 1 plus 1 mal 0, also ich schreibe dieses einmal nicht mehr dazu. 0,1 Periode 1 ist gleich 1,1 Periode 1. Jetzt kriege ich ein Problem. Wenn ich hier das abziehen will von hier, komme ich nicht weiter. Hier muss ich mir was anderes überlegen. Deswegen ist das hier ungünstig. Ich lasse mal die 99 weg. Ach nee, ich schreibe mal eine Zahl neu. Und sage, ach Mensch, was mache ich denn hier am besten? Womit muss ich mal nehmen, damit ich hinten eine 0,1 oder irgendeine Zahl, die hinten bloß noch eine periodische Dezimalstelle hat. Dann sage ich, das muss ich, diese 0,01 muss ich mal 10 nehmen. Ich schreibe die mal hier hin. 10 mal 0,01 Periode 1. Und jetzt 100 und 10 habe ich schon, muss ich noch 90 mal das nehmen. So, plus dazwischen. Jetzt geht es. Wenn ich jetzt zusammenfasse, also dieser Schritt ist dann ein bisschen, sagen wir mal, je ungewöhnlicher die Zahlen werden. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel erst nachdem, das ist eigentlich schon mal abgemischt, periodischer, an dieser Stelle habe ich schon ein kleines Problem. Aber das Problem ist nicht schlimm. Ich muss bloß aufpassen und sagen, ich muss hier hinten irgendwie diese Kommastelle wegkriegen. Und das mache ich, indem ich jetzt zusammenfasse, weil ich mir das überlegt habe. Das schreibe ich, das ist praktisch wie eine Art Kontrolle. Dann ergibt 10 mal das, ja was wird es sein? Es rutscht um eine Stelle hin 0,1 Periode 1. Und das ist ja das, was ich hier gleich möchte. Ich möchte das ja gleich abziehen. Denn jetzt habe ich die ideale Möglichkeit, die Periode rauszubombardieren. Und natürlich bleibt hier vorne die 90 mal 0,01 Periode 1 plus diese 10 mal. Ich habe zusammengefasst. Das lasse ich so stehen. Geht leichter. Wenn ich das ausmultiplizieren müsste, dann hätte ich wieder ein Problem. Lass es einfach so stehen. Und jetzt sage ich, okay, gut, nicht schlimm. Jetzt ziehe ich diese 0,1 Periode 1 ab. Hier drüben bleiben noch 90 mal diese 0,01 Periode 1 stehen. Und hier drüben, was bleibt hier übrig? Genau, eine 1. Jetzt teile ich durch 90. Und dann habe ich es. 0,01 Periode 1 ist ein Neunzigstel. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Machen wir mal gleich noch eine in der Richtung. Und zwar 2,05 Periode 0,5. Ist das jetzt noch eine gemischt periodische Dezimalzahl? Nö. Das wird sich wiederholen als 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Pause-Taste drücken zuhause. Wir machen es auch. Und wir rechnen hier. Na, da hoffe ich, dass es geklappt hat. Warum? Ich habe zwei Stellen. Egal, ich hatte hier oben auch zwei Stellen und habe deswegen mal 100 genommen. Hier musste ich bloß ein bisschen aufpassen. Ist aber nicht schlimm. Und jetzt habe ich hier auch wieder zwei Stellen hinterm Komma, die irgendwie erst mal getötet werden müssen. Also nehme ich alles mal 100, schreibe das wieder hin, splitte und sage, warte mal, diese Periode 0,5, die tritt ja schon auf. Und ich sage, ich nehme nur 99 mal das plus einmal 2,05. Denn wenn ich die 2,05 dann im nächsten Schritt abziehen werde, hier in diesem Schritt ziehe ich sie ab, dann habe ich ja hier eine glatte 203. Die Periode ist auf der Seite verschwunden. Ich teile doch durch 99 und habe das Ergebnis. Nächstes Ding. Sieht bloß schwer aus. Und zwar 0,021, Periode 2,1. Ist gleich was? Also hier an der Stelle geht es weiter. Pause-Taste drücken. Ah ja, ich habe schon gemerkt, wir müssen es nochmal hier. Achtung. Ich muss das splitten. Wenn ich sage, splitten ist gut, aber jetzt nicht mal 1. Das bringt nichts. Dann komme ich mit der Periode nicht klar. Wenn ich es aber mal 10 nehme, dann rutscht das Komma nur eine Stelle dahin und ich habe die Periode 2,1 direkt hinterm Komma. So wie hier. So wieder Pause-Taste drücken, denn hier vorne fehlt ja noch was. Ah, da sind wir wieder. So. Also, wie üblich. Hier drei Stellen, also mal 1.000. Jetzt geht der ganze Tippel-Tappel-Tur-Kram los. Ich sagte ja hier an der Stelle, hier ein bisschen beim Splitten aufpassen, damit die Periode weggekillt werden kann im nächsten Schritt. Also habe ich hier zehnmal. Dann bleiben hier noch 990 von den 1.000 übrig und dann bin ich fertig. Bitte? Ach so, ja. Entschuldigung. Natürlich, kürzen. Wir können kürzen. Durch drei geht es auf jeden Fall. Das sind sieben und durch drei sind 330. Sauber hinschreiben, Leute. Lieber eine Zeile mehr schreiben als Mist machen. Sieben, 330. Okay. Hätten wir das. Äh, ja. Ja. Wir wollen mal ein Sechstel rausbekommen. Ich sag mal gleich, was rauskommen muss. Ähm, äh, so. 0,9. Ne. Ich mach's mal ein bisschen schärfer. Äh, nochmal zur Übung einen reinperiodischen, und zwar reine Periode 1,6, 1,6, 1,6. Bitte umwandeln. Pause drücken zu Hause. Und da ist die Lösung. Also, also im Prinzip ist wieder nichts passiert. Es ist eine reine Periode. Deswegen ist das hier auch nicht mehr so schlimm. Und hier habe ich, äh, kann ich ganz gut erkennen, dass ich ja hier schon diese 0,1,6 Periode 1,6, dass die hier schon durch einfaches Splitten einmal abteilen, ne? Von 100 1 wegnehmen, dann bleibt einmal das übrig. Ich kann's abziehen, dann bleiben 16,99 zum Schluss. Aber, äh, äh, was ist, wenn jetzt da steht 0, ich möchte ja dieses 1,6, 1 Sechstel mal darstellen. 0,1,6, aber Periode 6. Nicht, hier oben war's komplett Periode 1,6. Hier war's nur Periode 6. Ist gleich was. Pause-Taste drücken. Naja, müsste eigentlich geklappt haben. Wenn nicht, macht's Schritt für Schritt nochmal. Durchsucht mal, wo euer Fehler ist. Also hier, das ist wirklich ein Sechstel, weil wenn ich 15,90 rauskriege und durch 15 Kürze, kriege ich ein Sechstel raus. Ähm, ja, das könnte man nur noch nicht machen. Ich kann das noch bis zum, bis zum Gehtnichtmehr machen. Ich kann das auch beweisen, äh, dass das sogar für Wahnsinnsgeräte funktioniert. Ähm, das wäre zum Beispiel, wenn ich, ach, machen wir den Spaß noch, das Video wird zwar furchtbar lang, ähm, wenn ich 1 durch 7, so klassisch mit Rattenschwanz-Technik teile, ich lasse es jetzt mal weg, also, ähm, und sonst wird der Rattenschwanz zu groß. Dann kommt folgendes raus, und zwar 0,142857, und zwar komplette Periode. Wer Spaß daran hat, der kann das ja mal ausprobieren. Ich sage gleich, Achtung, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen, die wegbombardiert werden müssen. Und demzufolge, äh, ich gebe mal den Anfang. Man schreibt also 0,142857, Periode, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ist gleich das Gleiche, und nimmt dann mal, weil ich hier 6 Stellen habe, mal 1 Million. Warum? Weil 1 Million 6 Nullen hat. So, das war der Tipp, Pause-Taste drücken, äh, ich mache das Ding mal fertig, und dann könnt ihr das sehen, im Nachgang. Also, Pause-Taste drücken, und mal gucken. Naja, ich glaube, das hat ein paar Minuten gedauert, schon allein der vielen Schreiberei wegen, also ich sagte ja, der Tipp war, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen, nach der 1, also mal 1 Million. Dann ist nur noch Schreiberei. Splitten und gucken, und da das aber eine reine Periode ist, die sich ja immer wiederholen würde, also immer 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, und so weiter, kann ich sagen, okay, ich nehme nur einmal von her 1 Million weg, dann bleiben mir aber 999.000, 999. Hier drüben, äh, beim Aus-Multifizieren hat sich ja gegeben, 142857, 1, 4, 2, 8, 5, 7, Periode, 1, 4, 2, 8, 5, 7, also, man kriegt ja, na gut. So, und jetzt geht es in Tippeltabeltur weiter, vergleicht das, probiert es aus, ich habe dann hier gekürzt und habe dann gezeigt, dass ich nochmal gekürzt habe. Also, man kann sich schrittweise rankürzen, es ist schon ein bisschen, ich habe hier gleich durch 27 gekürzt. Warum? Ich habe die Quersumme gebildet, 1, plus 4, plus 2, plus 8, plus 5, und das ist 27, und durch 27 kann ich dann den ganzen Kram teilen, und auch 999, 999, alles zusammengezählt, ergibt also 6 mal 9, 54, ist auch durch 27 teilbar. Ihr kennt das, die Teilbarkeitsregeln, Quersumme durch 3 nur teilbar, ist die Zahl nur durch 3 teilbar, ist die Quersumme 9, ist sogar durch 9 teilbar, ist es durch 27 teilbar, dann ist es auch durch 27 teilbar. Also, und dann habe ich ein Zwischenergebnis rausgekriegt und habe das dann nochmal gekürzt, und zwar durch 5291. Ich weiß, ist ein bisschen doll, aber ich wollte nur zeigen, dass es geht. Liebe Leute, ich habe einen Vorschlag, wenn ihr das gut findet, dann macht das grundsätzlich so, fassen wir nochmal ganz schnell zusammen. Diese ganze Schreiberei, alles so hintereinander zu schreiben, ist schon mal, naja. Wenn man sich aber angewöhnt, durch Äquivalenzumformen, das heißt, auf beiden Seiten das Gleiche machen, hier, ab hier, oder hier, zu schreiben, dann bleibt man sauber in einer Gleichung. Und eine Gleichung ist ja nichts anderes, ich erinnere nochmal, als eine Waage mit zwei Waagschalen. Und ist gleich, ist so wie beide Waagschalen haben, das haben die gleiche Masse, das gleiche Gewicht, dann ist das in Ordnung. Wenn ich jetzt hier nochmal ein Gleichheitszeichen dahinter setzen würde, das ist nicht gut. Ich glaube, eine Waage, der Waage, der Waage, der Waage, was ja ist gleich, ist gleich, ist gleich ausdrückt, wird es nicht bringen. Aber diese Schreibweise, die ist natürlich beim Umwandeln von einfachen, lumpigen Dezimalzahlen, die nicht periodisch sind, ist das kein Problem. Aber wenn man sich das angewöhnt, ist es zwar ein bisschen mehr Schreiberei, aber man kann sich eine Methode angewöhnen, die dann auch bei periodischen, hier geht es noch einfach, bei periodischen Dezimalzahlen hilft, ob die rein periodisch oder gemischt periodisch sind, ist egal. Wir haben ja dann hier immer wieder Übungen gemacht, Übungen gemacht, Übungen gemacht. Wer jetzt zum Schluss sagt, oh Mann, das war zu viel, ja, das war zu viel, weiß ich. Aber wenn man sagt, Mensch, verdammt nochmal, es lohnt sich vielleicht grundsätzlich immer schick, lieber ein bisschen mehr zu schreiben, weil etwas mehr schreiben erfordert nicht viel Nachdenken, bringt aber viel Übersichtlichkeit, der wird auch in Zukunft in Mathe mehr Erfolg haben. Natürlich ein bisschen Kopfrechnen muss man können, aber das hier ist eigentlich kaum Rechnerei. Ich mache das Video dicht, falls es keine Fragen mehr gibt, gut, okay.